Hallo und herzlich willkommen beim Octa-Battle. Ich will nur kurz was loswerden, bevor wir in die heiße Phase gehen. Wir haben acht Versuchskaninchen für dieses neue Format. Der altbewährte Battle Freitag feiert ab sofort sein Comeback und jeden Freitag kommen zwei Qualifikationen online. Bei diesen Qualifikationen handelt es sich auch gleichzeitig um die von mir festgelegten Battle-Paarungen. Das bedeutet für die Battle-Rapper, dass das Battle quasi direkt nach Qualifikations-Upload ohne Umschweife anfängt. Für das Publikum bedeutet das, es kann direkt mit Fachsimpeln begonnen werden, wer denn womöglich am Ende des Battles übrig bleiben wird. Die Kommentarfunktion kann gerne für Prognosen benutzt werden, wobei es wirklich, wirklich, wirklich wünschenswert wäre, dass, wenn Kritik geäußert wird, das in einem konstruktiven Rahmen passiert. Selbstverständlich habe ich mir bereits Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze bewertungstechnisch vonstatten gehen soll. Aber bevor ich dazu was sage, möchte ich erstmal abwarten, wie die ersten Battles von Seiten der Teilnehmer geführt werden. Also die Grundidee für das Bewertungssystem steht, aber ich will erstmal gucken, wie unsere Versuchskaninchen von sich aus battlen, ohne durch irgendwelche Punktvergaben in ihrer Kreativität eingeschränkt zu werden. Also anders als sonst werden sich die Teilnehmer nicht an die Bewertungskriterien anpassen, sondern die Bewertungskriterien passen sich den Teilnehmern an. So ist es zumindest angedacht, vielleicht landen wir auch wieder beim Punchlines zählen. Der Hauptfokus liegt natürlich darauf, dass der Gegner misshandelt wird. Was Flowtechnik und die Videos angeht, ist jeder einzelne auf einem stabilen Level, deswegen ist auch das weiterhin unwichtig. Ein Viertel der von mir in das Turnier aufgenommenen besteht aus altbekannten Gesichtern, drei Viertel sind Neuzugänge. Insgesamt wird es facettenreich und unterhaltsam zugehen. Wie bereits erwähnt, kommen an den nächsten vier Freitagen die Battlepaarungen online. Hier nochmal die Termine auf einen Blick. Vielen Dank an alle, die sich beworben haben. Wer es nicht geschafft hat, nicht verzagen, denn nach einem Turnier ist immer vor einem Turnier. Also Arschbacken zusammenkneifen, Rap-Skills verbessern und beim nächsten Mal alles rasieren. Auch vielen Dank an die Animationsmenschen, ich habe versucht möglichst viele Intros in das Format zu integrieren. Dementsprechend gibt es ein Hauptintro und einige Zwischenintros in den Bewertungen von mir. In der Beschreibung ist alles verlinkt. Auf ein gutes Battle! 099 099 099 0099 099 Doug N 0099 0 Mam Vielen Dank.